Lucca ist eine Kleinstadt im thüringischen Landkreis Altenbürgerland. Geografie Lucca liegt am Südrand der Leipziger Tieflandsbucht inmitten einer durchaus gekohlte Braunkohlentagebaue des ehemaligen Borna-Reviers stark veränderten Landschaft. Im Norden wird im Tagebau vereinigtes Schleenhain noch Braunkohle gewonnen. Durch die Stadt fließen der Rheinbach und die Schnauder, welche sich nördlich der Altstadt vereinigen. Angrenzende Gemeinden sind die Stadt Regisbreitingen mit dem Ortsteil Ramsdorf im sächsischen Landkreis Leipzig und die Stadt Moisewitz im Landkreis Altenbürgerland. Elsterau im sachsen-anhaltischen Burgenlandkreis sowie die Stadt Groitz mit den Ortsteilen Maltitz und Berndorf im Landkreis Leipzig. Zu Lucca gehören der Stadtteil Teuritz, der Luccaerforst sowie die Ortsteile Breitenhain und Prösdorf. Geschichte Die Besiedlung des Gebietes um Lucca lässt sich bis in die jüngste Steinzeit nachweisen. Lucca gewann im 12. Jahrhundert wohl von der benachbarten Burg Breitenhain aus als Zollstätte an der Straße von Merseburg und Pegau nach Altenburg Bedeutung. Wahrscheinlich wurde es 1284 dem Kloster Grünhain geschenkt. Erstmals urkundlich erwähnt wird Lucca in einem Schriftstück des Naumbürger Schätzungsvorzeichnisses im Jahre 1320 als Opidum Lucco. 1307 siegte in der Schlacht bei Lucca Friedrich der Gebissene von Vertin gegen Albrecht I. von Habsburg und sicherte damit die Herrschaft des Hauses Vertin in Mitteldeutschland. In vertinischen Besitz muss Lucca vor 1320 gekommen sein. Stadtrichter und Rat wurden 1431 genannt, sie hatten die Niedergerichte inne. Die Stadt war mit Wellen und drei Toren gesichert und unterstand ab 1396 dem Amt Altenburg. Lucca mit Ortsteil Breitenhain war 1565 zu 1668 von Hexenverfolgung betroffen. Eine Frau und zwei Männer gerieten in einen Hexenprozess. Ein Mann wurde unter dem Vorwurf der Gotteslästerung zu Staupenschlag und Landesverweis verurteilt. Unter den Handwerkern dominierten um 1800 die Schuhmacher. 1847 begann die Handschuhfabrikation. Es folgte 1896 eine Eisengießerei und nach 1900 die Herstellung von Wellpappe, Gummierten, Papieren und die Glasveredlung. Die Herstellung von Wellpappe und Gießerei-Erzeugnissen hat sich in modernisierten Produktionsanlagen bis zur Gegenwart erhalten. 1875 zu 1975 bestand Bahnverbindung mit Moisewitz und Groitz. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Lucca immer stärker in den Bereich der Moisewitzer Braunkohleindustrie einbezogen. 1900 wurde die Leipziger Wellpapierfabrik Gressle, Laupitz & Co. gegründet, die ab 1903 in Lucca produzierte. Nach dem Verkauf der Firma 1991 durch die Treuhand wurden neue Hallen errichtet. Die Mitarbeiterzahl wuchs wieder auf 200 Beschäftigte. Im Gasthaus Deutsches Haus waren 50 Zwangsarbeiter untergebracht, die beim Bauernjahr, auf dem Rittergut Teuritz und bei der Firma Moll & Söhne eingesetzt wurden. Auf der Domäne Breitenhain mussten sowjetische Kriegsgefangene Zwangsarbeiten. Zwei von ihnen starben 1941. Lucca war am 16. Januar 1945 Ziel eines US-Bombenangriffs. Es gab zwölf Tote und Gebäudeschäden. Auch am 7. April 1945 wurde der Ort noch einmal mit Sprengbomben belegt. Entwicklung der Einwohnerzahl. Datenquelle ab 1994. Thüringer Landesamt für Statistikpolitik. Stadtrat seit der Kommunalwahl vom 25. Mai 2014 setzt sich der Stadtrat wie folgt zusammen. Bürger für Lucca, sieben Sitze, CDU, vier Sitze, SPD, zwei Sitze, Lucca-Wähler-Vereinigung, zwei Sitze, Die Linke, eins Sitz. Die Wahlbeteiligung lag bei 51,1 Prozent. Blasonierung. In Gold ein gewappneter Ritter in stahlblauer Rüstung mit geöffnetem Visier auf grünem Boden stehend. Das Wappen tauchte erstmals 1431 als Stadtsiegel auf, in dem der Ritter anstelle der Rose noch eine Geißel trug. Seit dem 17. Jahrhundert wurde die Rose der alten Bürger Burggrafen als Stadtwappen geführt. Das Wappen wurde 1951 durch ein neues Wappen, auf dem ein Arbeiter mit Vorschlaghammer abgebildet war, ersetzt. Es wurde jedoch nach der politischen Wende wieder durch das Alte abgelöst. Die Flagge der Stadt Lucca zeigt die Farben Blau-Gold. Städtepartnerschaften unter Schleißheim, Bayern, Weselberg, Rheinland-Pfalz. Kultur und Sehenswürdigkeiten. Besonders bemerkenswert ist der Luccaermarkt mit der St. Pankratius-Kirche, die erstmals 1396 erwähnt und Mitte des 17. Jahrhunderts neu aufgebaut wurde. 1891 bekam sie einen neuen Turm, der ihr heute eine Höhe von 56 Metern verleiht. Des Weiteren befindet sich hier der Vertiner Brunnen mit seiner Löwenstatue aus dem Jahre 1908. Im Ortsteil Prösdorf befindet sich ein Rittergut mit historischem Eingangstor, Nebengebäuden und mehreren in Stein gehauenen Stälen. Mit Prösdorf verbindet Lucca ein Rundweg von 7,5 Kilometer Länge, der sich durch seine verkehrsarme, landschaftlich schöne Strecke auszeichnet. In der Liste der Kulturdenkmale in Lucca sind alle denkmalgeschützten Bauwerke im Stadtgebiet aufgelistet. Persönlichkeiten Laurentius Rinhuber, Abenteurer Winkler Johann Josef, geistlicher Dichter Friedrich August Bälke, Posaunenvirtuose und Komponist Hermann Josef, Jurist und liberaler Politiker Reinhold Karl, Maler und Bildhauer, Erschaffer des Vertinbrunnens in Lucca Otto Engert, kommunistischer Politiker Ernst Dathur-Vorretsch, Diplomat, Botschafter in Tokio Erika Zuchold, Turnerin So KoneIN So KoneIN So S And